Ja, wir sehen uns noch mal, wer weiß wie lange noch, liebe Zuschauer. Falls Sie sich jetzt gewundert haben, dass Sie die aktuelle Kamera gar nicht empfangen konnten, das hat sich früher niemand getraut, die aktuelle Kamera zu zensieren. Eine Zensur fand nicht statt, also findet jetzt nicht statt. Und falls Sie sich gedacht haben, mein Gott, ich gucke hier in einen schwarzen Kanal, das ist ja wie eine Matschscheibe. Also ich kann dazu nur sagen, wer auch immer dafür gesorgt hat, dass diese aktuelle Kamera verschwindet, der wusste, was Satire bedeutet. Ganz kurz noch mal erklärt, bei Satire gilt, wer sich betroffen fühlt, ist gemeint. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Das war er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017